So, heute ist Tag 2 in Italien. Wir haben jetzt hier einen Campingplatz gefunden und fahren heute mal westlich vom Gardasee in die Berge. Mal gucken. Gestern war ein bisschen stressig. Wir sind irgendwie mega weit gefahren und ich habe sämtliche Sachen verloren. Also meine Karre auch einfach nicht mehr an. Nur noch per Kickstarter. Auf jeden Fall sehr entspannt. Ja, genau. Dann sehen wir uns später. So, wir sind jetzt ready und ich komme mich nicht. So, wir sind jetzt fertig umgezogen und da meine ich daher nicht funktioniert, kann ich jetzt das wirklich garantieren. So, ich habe es natürlich nicht anbekommen. Jetzt nächster Versuch. So, Caro macht nie Probleme und es dringt immer direkt an. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, wir sind jetzt schon mal ein paar Meter gefahren und bisher ist noch nichts von der Karre abgefallen. So, jetzt geht's. Perfekt! 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 Vielen Dank.